Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es wurde wieder Zeit, wir schauen uns ein weiteres Community-Portfolio an. Ich stelle die Kryptowährung vor, wir sehen, was die Person sich dabei gedacht hat, was die Pläne sind und ich kommentiere das, sage, ob das gut ist, ob das so passt, was man noch verändern kann und so weiter. Dies ist jetzt die vierte Folge und es wurde einfach mal wieder Zeit. Ich freue mich extrem, die Vorhörungen sind fertig und ich würde sagen, wir schauen uns das mal zusammen an. Bevor wir uns das Portfolio angucken, noch eine Sache für diejenigen, die ja schon länger auf dem Kanal mit dabei sind. Die wissen, wir haben bisher noch keine einzige Partnerschaft gemacht und nach langer Überlegung ist es endlich soweit. Ich darf verkünden, ich bin jetzt mit der Kryptobörse Maxi verpartnert, sprich mit Maxi Global und für diejenigen, die dachten, ich bin schon längst mit Maxi verpartnert. Nein, ich hatte die aber schon zwei bis drei Monate vorher in meinen Affiliates mit drin, ganz einfach, weil diese Kryptobörse für mich perfekt ist, um eben die Moonshots zu finden, um kleine Small Caps zu kaufen. Denn bei Kryptobörsen wie Crypto.com oder Binance dauert das meistens immer bei den zentralisierten Börsen, bis diese neuen Kryptos mit dabei sind. Und nach den dezentralisierten Exchanges kommt das meistens bei Maxi Global mit dazu und ist daher meine Wahl für Kryptowährungen, wie beispielsweise LFZero. Also falls ihr eine Kryptobörse sucht, die genau das kann und falls sie mich auch unterstützen wird, könnt ihr mich gerne unter diesem Link hier supporten. Das wollte ich nur vorab gesagt haben und meine Community mitteilen. Und da würde ich mal sagen, wir starten mal sofort in das Portfolio mit rein. Let's go! Das heißt aber natürlich nicht, dass ich hier nicht meine Meinung weiterhin sage. Ich empfehle aber immer die Kryptos dennoch sofort auf dem Ledger hinzuzufügen, damit du einfach auf der sicheren Seite bist. Aber da würde ich mal sagen, genug geredet, wir fangen an. Ich bewerte eure Portfolios und wir schauen uns dieses frische Portfolio jetzt mal an. Und zwar ist der Portfoliowert im Bereich von 24.000 US-Dollar circa und ich meinte ja eben, das ist so der Portfoliowert, den die meisten haben. So ein recht durchschnittlicher Portfoliowert. Schauen wir uns mal an, wie die Wahl der Kryptowährung war. Und zwar habe ich mir extra auf CoinGecko das Portfolio nachgebildet. Und zwar Krypto Nummer 1 und die höchste Kryptowährung von dem prozentualen Anteil, 33%, sind 8.000 US-Dollar in Ethereum, also 5 Stück. Jetzt denken wir über Ethereum, muss ich nicht viel Worte verlieren. In Ethereum sehe ich wirklich, wirklich starkes Potenzial. Auch weil sie eben im vorherigen Jahr zu Proof-of-Stake gewechselt sind, jetzt auch deutlich deflationärer geworden sind. Vor dem Proof-of-Stake-Update, also beim Proof-of-Work, waren diese schon recht inflationär. Und das wirkt sich, wer hätte es anders gedacht, positiv auf die Price-Action aus, wenn die Market Cap steigt. Das heißt, Ethereum meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Wahl. Wir haben hier auch ordentliches Potenzial. Dann haben wir als Kryptowährung Nummer 2, The Sandbox. Geradezu einen Preis von ungefähr 70 US-Dollar Cent. Eine Market Cap von ungefähr einer Milliarde US-Dollar. Und hier haben wir 10.000 Stück. Und das macht ebenfalls 30% des gesamten Portfolios aus. Das heißt, wir sehen eine Metaverse-Krypto, eine Gaming-Krypto mit namhaften Partnern, wie beispielsweise Snoop Dogg, Adidas, The Walking Dead und so weiter. Und der Sand-Token wird eben benutzt, um beispielsweise, wie sie hier sagen, Land zu kaufen. Eine Kryptowährung, die 2021 extrem, extrem stark angestiegen ist. Von ungefähr 72 US-Dollar Cent ging es dann sehr, sehr schnell auf die 7 US-Dollar. Also einmal 10 innerhalb von kürzester Zeit. Innerhalb von gerade mal einem Monat. Und jetzt sind wir eben wieder auf den gleichen Preisbereichen. Dann gehen wir weiter zu der Kryptowährung Nummer 3. Und zwar zu VeChain. Momentan zu 2 US-Dollar Cent zu bekommen. Eine Market Cap von 1,5 Milliarden US-Dollar. Und hier haben wir ganze 100.000 VeChain. Und das macht einen Portfoliowert im Bereich von 2.200 US-Dollar circa aus. Bei dieser Kryptowährung. Ja, eine extrem geliebte Kryptowährung von der gesamten Kryptokommunity. Man hat wenig anhand von VeChain auszusetzen. Diese führen ein Zwei-Token-Modell aus. Wobei es zum einen VeChain gibt und zum anderen den Vita-Token. Wobei dieser Vita-Token im Netzwerk mit integriert ist. Gut, hier haben wir 9% im Portfolio. Und danach natürlich eine weitere Kryptowährung. Allseits bekannt. Cardano hatte ebenfalls einen starken Run hingelegt. Ist jetzt gerade zum Preis von 33 US-Dollar Cent zu bekommen. Und davon sind ganze 4.500 Stück im Portfolio mit drin. Was einen Portfoliowert von Cardano bei 1.600 US-Dollar ist. Dann gehen wir zu einer Kryptowährung im Bereich der Interoperabilität. Und zwar Polkadot. Davon haben wir hier 200 Stück drin. Was es ebenfalls ungefähr in dem Bereich von 1.200 US-Dollar macht. Polkadot ist sehr interessant auch im Bereich Staking. Die hier auch mit sehr hohen Staking-Rewards werben. Wobei Polkadot hier eine Nominate-Proof-of-Stake-Technologie verfolgt. Also eine NPOS. Wobei Polkadot hier einen extrem hohen Anstieg auch im letzten Buran verzeichnen konnte. Und deswegen auch in den Top-Rängen war. Durch deren Multi-Chain-Ecosystem. Und diese Block-Rewards werden dann eben als Proof-of-Stake zur Verfügung gestellt. Und zwar anhand den Validatoren und den Nominatoren rausgegeben. Ja, Polkadot derzeit auf Rang 12 einer Mark-Cap von 6,6 Milliarden US-Dollar. Das ist schon recht hoch. Und zum Orte am High ungefähr 53 US-Dollar wert. Dann kommen wir zu einer Kryptowährung, die momentan sehr, sehr kritisch diskutiert wird. Und zwar Solana. Eine Kryptowährung, die sich gerade wieder Stärke behaupten konnte. Auch wieder Stärke aufholen konnte. Wir sehen 44% innerhalb von 7 Tagen. Davon haben wir 50 Stück. Was ganze 5% im Portfolio ausmachen. Und ungefähr 1100 US-Dollar wert ist. Solana eine weitere Layer 1. Damals mit Cardano konkurriert. Er nannte sich selber auch den effizienten Ethereum-Ablöser. Sehr, sehr spannende Kryptowährung. Wertung folgt später. Und jetzt eine verwunderliche Sache. Den Bitcoin. 0,05 Bitcoin. Das heißt gerade mal 1000 US-Dollar zum derzeitigen Standpunkt wert. Und somit auch eine Kryptowährung, die recht niedrig besiedelt ist. Was die Prozentanzahl angeht. Das sind gerade mal 4,4%. Über Bitcoin muss ich nicht viel erzählen. Eine extrem sichere Kryptowährung. Proof of Work. Der Urgroßvater von jeder einzelnen Kryptowährung. Das dezentralste und das sicherste Asset. Ein in sich komplettes und fertiggestelltes Meisterwerk. Kommen wir zur nächsten Kryptowährung. Und zwar hier mal zu einer Layer 2. Polygon. Polygon Matic. Eine Kryptowährung, wo ich im nächsten Run auch sehr, sehr viel Potenzial sehe. Aber wir sehen auch, die Market Cap ist sehr hoch bei 9 Milliarden US-Dollar. Diese Kryptowährung ist hier auf Rang 10. Und davon haben wir hier ganze 1000 Matic. Was es ebenfalls im Bereich von 1000 US-Dollar bringt. Polygon auch sehr, sehr spannend. Weil Ethereum sich natürlich verbessert hat und die Layer 2 Polygon hier dann nochmal für mehr Effizienz sorgen kann. Und diese beide, meiner Meinung nach, auch ein sehr, sehr starkes, eingespieltes Duo bringen können. Besonders auch, wenn Ethereum sehr stark pumpt, können auch die Layer 2 Lösungen. Und Polygon hat hier extrem viele Partnerschaften. Sehr, sehr viel vorzuweisen. Ein etabliertes System. Da sehe ich ebenfalls auch noch viel Potenzial nach oben. Gehen wir weiter zur allseits bekannten Kryptowährung. Also, ja, neben den Bitcoin-Marxis würde ich fast schon die XRP-Marxis an nächster Stelle sehen. Eine riesige, riesige Fanbase. 20 Milliarden US-Dollar in Market Cap. Also auch sehr, sehr hoch. Eine Kryptowährung hier auf den Rang 6. Hier haben wir ebenfalls 1000 XRP. Ja, macht ungefähr 1,6% im Portfolio aus. Und dann kommen wir zur letzten Small-Cap-Krypto tatsächlich. Alle anderen Kryptowährungen waren hier recht hoch von der Market Cap her. Und Alken-Kryptowährung hier im Bereich der 60 Millionen US-Dollar Marke. Davon haben wir hier 25.000 Stück drin. Was ungefähr 300 US-Dollar sind. Und 1% im Portfolio ausmachen. Kommen wir erstmal zur Person. Wer führt denn dieses Portfolio? Was hat er sich dabei gedacht? Was sind die Anreize? Und zwar ist die Person 27 Jahre jung aus Österreich. Beziehungsweise aus Oberösterreich. Und arbeitet als Abteilungsleiter in einer Spedition. So, kommen wir mal. Weil ich finde das ebenfalls sehr, sehr wichtig zu wissen, wie die Person investiert. Was die Person sich dabei denkt. Und zwar, wie wir es hier lesen können. Alle 2-4 Monate kommen zwischen 2.000 bis 4.000 Euro in den Kryptomarkt rein. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob alle 2-4 Monate sofort eine Tranche mit rein investiert wird. Oder ob man sich das stückweise einkauft. Aber wir können hier ungefähr davon ausgehen, dass pro Monat ungefähr 1.000 Euro in den Kryptomarkt reinfließen. Und auf Basis der eigenen Recherche wird hier investiert. Ich denke mal, das ist auch ganz naheliegend. So sollte es natürlich auch sein. Anhand der aktuellen Lage und den Zukunftsaussichten wird hier investiert. Vom Portfolio haben wir gesehen, wir haben hier 10 Kryptowährungen. Hier haben wir eine recht gute Übersichtlichkeit. Man kann natürlich nicht jede einzelne Kryptowährung jeden Monat nachkaufen. Das heißt, man müsste sich hier für 2-3 Kryptowährungen entscheiden. Wenn man nur alle 2-4 Monate einmal investiert, dann kann und wird es sehr wahrscheinlich auch so sein, dass man hier einige Kryptowährungen hinten liegen lässt. Was aber an sich auch nicht verkehrt ist. Ich finde diese Anzahl hier recht angenehm. Ca. 32.000 Euro investiert. Dabei müssen wir natürlich überlegen, okay, sobald der Bitcoin hier weiter anzieht, wird der Kryptomarkt ebenfalls mit ihm mitkommen. Und da sind wir recht schnell wieder break even, wenn wir mal neue Niveaus ausgebaut haben. Zudem wird hier auch weiter gedoller Kost averaged, was auch eine super Sache ist, um womöglich auch noch einige Baustellen weiter auszubauen. Und bevor wir zu meiner Bewertung mit reingehen, möchte ich einfach den Disclaimer nochmal geben. Denn die Person hat sich natürlich bei den allen Kryptowährungen was gedacht und hat nach den eigenen Interessen investiert. Das heißt, ich gebe hier meinen Anreiz. Das heißt aber nicht, dass die Person, die das jetzt schaut oder der Person, der hier das Portfolio auch gehört, jetzt alles auf einmal umändern muss. Denn besonders im Kryptomarkt haben sehr, sehr viele Parteien sehr viele verschiedene, unterschiedliche Meinungen. Und wenn man von jeder Partei sich irgendwie beeinflussen lässt und dann daraufhin Entscheidungen trifft, wird das oftmals eher negativer sein als eigentlich zum eigentlichen Vorteil. Und genau deswegen sollte man auch immer seine eigenen Präferenzen durchziehen und sich nicht zu stark beeinflussen lassen. Aber einige Sachen würde ich hier auf jeden Fall ändern. Aber dazu am Ende des Videos. Und man überlegt auch, Q&T nachzukaufen, wenn diese Kryptowährung mal stärker fallen sollte. Was uns auch schon zum Ziel bringt, und zwar die finanzielle Sicherheit nach 20 Jahren. Danach wird wahrscheinlich immer noch weiter investiert und das Ziel sind zwischen 10 bis 100x. Und da ist jetzt die Frage, sehen wir diese 10 bis 100x innerhalb der 20 Jahre, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall recht einfach möglich, da man die Bullenmärkte ordentlich nutzen kann, um die Profite zu erwirtschaften bzw. zu realisieren und die Bärenmärkte sich da wieder neue Projekte gesondert investieren kann, um da eben dann wieder im Bullrun Profite zu ziehen. Und in 20 Jahren kommen noch einige Zyklen auf uns zu. Wenn wir das Ziel sehen, hier 100x zu machen, mit dem Portfolio innerhalb zum nächsten Bullrun, das wird sehr, sehr, sehr schwer möglich sein, da wir einfach viele Kryptowährungen in den hohen Rängen haben. Das sehen wir hier auch in der Market Cap. Wir haben Ethereum, wir haben Cardano, wir haben Polkadot, Solana, Bitcoin, Polygon, XRP. Wir sehen sehr, sehr viele in den Top Reihen, sehr, sehr viele auch in den Top 15 hier vertreten. Plus dann weitere Kryptowährungen, die etwas weiter unten sind, aber immer noch in den Top 100 aufzufinden, wie Sandbox beispielsweise, VeChain. Ja, die einzige Kryptowährung, die wirklich Small, Small Cap ist, ist Valchemy Pay. Das heißt, gehen wir mal auf die Thematik ein. Ist hier ein 10x möglich bis zum nächsten Bullrun? Das heißt, wir hätten hier im nächsten Bullrun ein Portfolio-Wert von 250.000 US-Dollar. Wenn wir hier weiter investieren, womöglich auch noch mehr. Und das sehe ich hier möglich. Die Frage ist natürlich, okay, in den Bitcoin könnte man auch ein 10x geholt haben, wenn Bitcoin allein auf die 150.000 US-Dollar geht, was nicht abwegig ist im nächsten Bullrun und man hier zu einem Dollar-Cost-Average ungefähr von 15.000 US-Dollar eingekauft hat. Das heißt, die 10x sind ja eigentlich recht einfach möglich. Wir haben auch Kryptowährungen, wo ich persönlich mehr Potenzial mit drin sehe. Ethereum sehe ich persönlich auf 10.000 US-Dollar auf jeden Fall als möglich an. Da kommt es aber auch ebenfalls sehr, sehr stark auf den Einstiegspreis an. Denn Ethereum konnte man auf unter 1.000 US-Dollar kaufen, was uns auch wieder zu einem 10x bringen würde im nächsten Bullrun, wenn wir die 10.000 US-Dollar erreichen. Besonders da Ethereum jetzt nicht mehr so stark inflationär ist. Wenn wir uns hier die alte Market Cap anschauen, wir hatten eine Market Cap von ungefähr 500 Milliarden US-Dollar, wobei der Bitcoin hier alleine ungefähr auf einer Billion war. Und das sehe ich bei Ethereum auf jeden Fall möglich. Die Frage ist natürlich auch, wenn man die 10x haben möchte, ob diese Altcoins auch das alte Niveau wieder halten können, beziehungsweise vielleicht sogar überbrechen können. Wenn Cardano beispielsweise nur zu den 2 Euro kommt, zu den 2 US-Dollern, dann hätten wir eine Vervierfurchung von circa 600 bis 800 Prozent, immer un dem Dreh. Aber an sich, alles in allem, sehe ich hier auch 10x möglich bis hin zum nächsten Bullrun. Das heißt, ich sehe das Portfolio derzeit auf 250.000 US-Dollar. Ebenfalls will diese Person hier auch weitere Coins staken. Deswegen auch beispielsweise Polkadot, da man hier einen recht starken Stake von ganzen 18 Prozent bekommt. Und da muss man natürlich abwägen, okay, wie sicher ist das Staking? Denn man muss einfach sagen, sobald du diese Kryptowährung in Staking übergibst, hast du die nicht mehr ganz gesichert auf dem Ledger beispielsweise. Entweder hast du die auf der Börse und stakest sie. Das heißt, du bist abhängig von der Börse. Und von daher würde ich persönlich beim Staking immer etwas aufpassen. Denn wir hätten auch Kryptobörsen wie beispielsweise Nexo, also eine Staking- und Landing-Plattform, wo man auch pro Jahr immer weitere Tokens bekommt. Polygonmatic lässt sich zum Beispiel auch recht einfach über die Börse staken. Da muss aber jeder selber für sich entscheiden, ob es das wert ist oder ob man diese Kryptowährung lieber sicher verwahrt haben möchte. Ich persönlich würde nicht zu viel staken, denn beispielsweise so Krypto-Plattformen wie Nexo, muss ich derzeit einfach sagen, es ist zu unsicher. Man weiß nicht, wann der Bärenmarkt wirklich vorbei ist, ob noch irgendwas Schlimmeres kommen kann und was alles womöglich in Katastrophenszenarien mit runtergezogen werden kann. Und dann die Möglichkeit, dass diese gesamten Kryptowährungen weg sind, weil man ein paar Prozent damit machen will, finde ich, lohnt sich nicht. Besonders, da man auch in Deutschland hier jede einzelne Sache versteuern muss, beziehungsweise tracken muss. Und das ist mir zu viel Aufwand, deswegen bin ich persönlich mal sehr vorsichtig beim Staking. Aber wenn man das machen möchte, kann man das natürlich machen. Wichtig ist bloß, dass man sich hier den Risiken auch bewusst ist. Und das wollte ich auf jeden Fall nochmal kommentieren. Genau unter dem Aspekt, ein passives Einkommen ist das eine super Sache. Im Kryptomarkt durch Staking auch eben recht gut möglich. Zudem man, wenn man dann im Bullrun die Kryptowährungen bekommt, die dann auch nochmal mehr wert sind und man somit sein Portfolio erstens von der Anzahl her vermehrt und das Portfolio sich dann generell nochmal im Wert erhöhen kann. Dann würde ich mal sagen, wir kommen zu der Bewertung des Portfolios. Durch die Anzahl der Kryptowährungen finde ich gut, 10 Stück, so kann man auch recht gut den Überblick behalten. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde das eigentlich recht gut. Zu der Gewichtung muss ich aber sagen, ich verstehe nicht ganz, warum Sandbox so weit oben ist. Zudem verstehe ich auch nicht, warum Bitcoin so niedrig gewählt ist. Wir sehen 0,05 Bitcoin. Da wir hier eine im Bärenmarkt schon recht gute Summe angehäuft haben, das heißt 24.000 US-Dollar, das ist mehr als ein Bitcoin. Und wie wir wissen, Altcoins wirklich bezüglich den Regulatorien immer irgendwo ein höheres Risiko mit sich bringen und deswegen Bitcoin hier auch das sicherste Asset ist, würde ich persönlich mehr Geld in den Bitcoin stecken. Aber ich würde persönlich mehr Geld in den Bitcoin swappen. Ethereum, die Anzahl finde ich sogar ganz gut, 33%. Man sieht auf jeden Fall, dass man mehr Wert in Ethereum legt als in Bitcoin, was auch okay ist. Aber The Sandbox finde ich persönlich recht risikoreich. Hat natürlich meiner Meinung nach auch ein recht starkes Anschichtspotenzial, was im Bereich des Möglichen liegt. Die Frage ist natürlich, ob das eintrifft. Denn es ist hier eine Art Videospiel. Es ist im Bereich von Metaverse. Es ist im Bereich von Gaming. Das waren ja auch die Themenpunkte, die letzten Bullrun sehr stark angestiegen sind. Ob diese Kryptowährung aber am nächsten Bullrun performen wird, ist unklar. Klar, wie bei vielen anderen Kryptowährungen auch. Aber ich sehe Sandbox im Bereich dieses Portfolios eher unsicherer als andere Kryptowährungen, wie beispielsweise VeChain, Cardano, Polygon oder Bitcoin beispielsweise. Deswegen würde ich persönlich Sandbox auf jeden Fall reduzieren, womöglich das Geld sogar nehmen und in den Bitcoin rein investieren. In Alchemipay könnte man zum Beispiel auch noch überlegen, denn du hast recht wenig Small-Cap-Kryptos. Ich meine, du hast eine, das ist auch okay und das ist auch gut, dieses mit 1% belegt. Ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn man im Bereich der Small-Cap ungefähr so bei 5% liegt. Das heißt, du könntest auf jeden Fall entweder noch eine weitere Small-Cap reinnehmen oder in Alchemipay nochmal weiter rein investieren. Wie ich schon meinte, haben wir sehr, sehr viele sichere und etablierte Kryptowährungen. Polygon-Matic sehe ich hier auch einen starken Vorreiter. Da ist aber auch die Frage, okay, wann ist man eingestiegen? Zudem finde ich auch die Diversifikation recht stark. Wir haben hier Ethereum, dann haben wir eine Layer 2, ein paar Layer 1s, wie beispielsweise Cardano und Solana. Die sind aber auch im Bereich der Interoperabilität vertreten und auch im Bereich vom Lieferkettenmanagement. Das heißt, man ist hier von der Diversifikation recht stark aufgestellt. Dann auch im Bereich von Gaming, Sandbox beispielsweise und Alchemipay im Bereich in den Gateway-Lösungen und auch als Small-Cap. Da man auch monatlich Geld zur Verfügung hat, die man in den Kryptomarkt rein investieren kann und wir meinen mir nur noch immer noch auf guten Preisbereichen sind, wo es sich auch lohnt zu Dollar-Kost averagen, würde ich persönlich das Geld, was man jetzt mit drin hat, in den Bitcoin stecken, einfach um hier die Position etwas weiter auszuweiten. Falls du im Bereich vom rechtssicheren Staking deine Renditen machen möchtest, dann kannst du beispielsweise auch bei VeChain mithilfe des Ledgers einfach auf der VeTrink-App lagern. Somit bekommt man auch noch weitere VeTrink-Token. Und beispielsweise, falls du noch nach Kryptowährungen suchst, solche Kryptowährungen wie beispielsweise Casper mit C, womit man dann die jährliche Inflationsrate plus nochmal mehr rausbekommt. Ungefähr im Bereich von 8-12%. Das heißt, alles in allem auf jeden Fall ein solides Portfolio, womit man auch gut diversifiziert aufgestellt ist, womit man auf jeden Fall auch seine 10x machen kann im nächsten Bullrun. Das Einzige, was mich etwas stört, ist die Gewichtung, denn wir haben hier zwei Kryptowährungen, die insgesamt zwei Drittel des gesamten Portfolios ausmachen. Aber jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu dem Portfolio? Was sagt ihr zu den Kryptowährungen? Ist die Wahl gut getroffen oder würdet ihr da ebenfalls auch was abändern? Schreibt es noch gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und wichtig ist es natürlich, da du ja gesagt hast, dass du auch Anfänger im Kryptomarkt bist, beziehungsweise noch nicht so lange dabei bist, dass du auch die Gewinne im Bullrun mitnimmst. Und dass man sich dann auch nicht basht, wenn die Kryptowährung zum Beispiel noch 30, 40, 50% plus macht, nachdem man sie verkauft hat, dass man da eben keine Folgen bekommt oder sonst was, sondern eben nach einem klaren, strukturierten Plan handelt. Und ich persönlich würde solche Kryptowährungen wie Sandbox auch abstoßen im nächsten Bullrun, und zwar komplett, um dann eben immer wieder im nächsten Bärenmarkt zu re-evaluieren. Okay, hat diese Kryptowährung jetzt noch starkes Anschichtspotenzial oder gehe ich lieber in eine andere Kryptowährung und vermehre somit mein Geld um meine Position? Aber alles zu seiner Zeit. Derzeit ist noch eine Akkumulationsphase, das heißt, man sollte sich auch auf die Kryptowährung fokussieren. Quant wäre hier ebenfalls noch eine sehr, sehr gute Option. Ich würde persönlich bei Quant nicht zu lange warten, denn wir wissen, ein Preis von 100 US-Dollar ist voll okay und die 40 US-Dollar sind sehr, sehr wahrscheinlich schon abgefahren. Insofern wir jetzt keine extrem krassen Crash-Szenen und Black Swan-Events. Und somit war es das mit meiner Bewertung. Freut mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Lass gerne ein Abo da, um keine weiteren Portfolio-Updates zu verpassen. Und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.